So Leute, herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed 3, die Tyrannei des König Washington. Äh, ja, also, wir müssen immer noch die gesamte Schiffscrew retten. Dabei stoßen wir natürlich auf Probleme wie tausende Wachen. Endlose. Und das ist eine verdammt schwere Mission, schwerer als alles, was ich jemals in der Hauptstory gesehen habe. Wirklich, ohne Witz. So, wir müssen nämlich hier die Aquila besetzen, warum auch immer die Crew mit dir jetzt hierbleiben. Das ist eine gute Frage. Äh, die Leute versuchen an Bord des Schiffes zu kommen. Alles, was wir machen können, ist zuschauen. Aber hey, wir können, ach guck mal, die holen wir ja grad voll rein. Die machen wir uns bereit, wir suchen nochmal Pfeile. Ziemlich missgünstig. Ich hatte vor, sie aufzuhalten. Ich hatte vor, sie aufzuhalten. Brauchst dir gar nichts hier vorzustellen. Die Mission habe ich heute schon sehr oft prob... Geil, ich hab's geschafft. Eine Bewegung, nur eine Bewegung und ihr ist tot. Ruft eure Leute zurück und ergebt euch. Schwimm, Radon Hageddon. Los! Sei still! Ah, Putnam. Putnam mithilfe einer Tierkraft ausschalten. Okay, das ist irgendwie kein Problem. Okay, das nächste Problem tut sich, äh, offenbaren. Äh, Adler, Adlerflug. Nix, isch. Gilt das jetzt? Ja, es gilt, gut. So, Putnam ist tot. Flucht nach New York. Die Mission haben wir jetzt geschafft. Oh Gott. Das tut jetzt gut. Ja, ha. Ha, 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 ha. Ja, Mann, rum. Arschloch. Ich habe furchtbare Dinge getan. Es war das Zepter. Doch, keine Entschuldigung. Wir alle tragen böses Tief in uns. Der Apfel hat es nur ans Licht gebracht. Du Böser, Mann. Oh. 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 Also lebt keine Dogon noch. Sehr gut. Episode beendet. Und die Flucht nach New York mit der Aquila, Robert Faulkner, Kamen Dogon, hat funktioniert. So, und was jetzt kommt? Wahrscheinlich noch eine Filmsequenz. Hm, ist abgekackt. Dann ist das jetzt ein ausgesprochen kurzer Part, ja. Der Schnell kann ich da natürlich nicht weitermachen. Verdammt, seht ihr meine Maus eigentlich ja bestimmt, oder? Ja, gut. Also die Mission habe ich jetzt eh eigentlich den Part eigentlich bloß eingeplant für nur die Mission. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so gut geht. Also Leute, ihr müsst einfach nur einen Bogen ziehen und so viel. Ihr könnt ausschalten mit dem. Dafür sind dann auch die Upgrades gut, die man in den Truhen findet. Also man sieht, es lohnt sich, die einzusammeln, auf jeden Fall. Und den Rest macht ihr dann einfach mit der Pistole platt. Den Rest macht die Kanone. Der Aquila, die haut nämlich auch ganz schön rein, wenn die mitten in die Gegner reinfeuert. Da ist dann auch nicht mehr so viel übrig. Aber Leute, um jetzt mich nicht zu verschwätzen und das Ganze ein bisschen länger treiben zu lassen, sehen wir uns doch einfach im nächsten Part. Bei Episode 3, die Erlösung. Genau, die Erlösung wird das heißen.